Fußball in Japan in Sport 3 Extra. Erst ging Pierre Litwarski, dann Frank Ordenevitz. Jetzt folgt die gesamte Mannschaft ins Land der aufgehenden Sonne. Allerdings nur für ein Spiel. Der 1. FC Köln zu Gast bei Jeff United Furukawa. Köln, der Indoor-Master 93, übt schon einmal auf dem großen Feld eine Woche vor dem Hallen-Masters in Dortmund. Jeff United gegen Köln und dazu das Hallenturnier in Frankfurt am kommenden Samstag in Sport 3 Extra um 15 Uhr.